Verstrahlte Grüße meine werten Ödländer und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses taktisch-militärische Projekt auf der wunderschönen Insel Aurora, wunderschön und tödlich zugleich. Da sind mir doch gerade fast nicht die richtigen Worte eingefallen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir heute was ganz Besonderes vorhaben und zwar müssen wir einen Sentinel Commander erledigen, unter anderem, da kommt zwar noch ein bisschen noch was hinterher, aber dazu später mehr und der soll irgendwo da sein. Das ist mal wieder so eine ganz frickliche Geschichte hier. Der darf nicht flüchten und wir brauchen eine gute Sniper-Position. Außerdem wollen wir mal heute unsere neuen Klamotten einweihen. Nicht vergessen, wir tragen einen Fliegerhut in der Optik von einer Schapka, quasi ein Uschanker-Pendant. Was? Ja, genau. Weil wir die Fliegermütze nicht einfärben konnten. Wollte ich nur mal erwähnen, ne? So, wir landen mal hier. Vielleicht sehen wir den Sentinel Commander ja von hier oben. Super Stealthy. Der Stealth-Helikopter, den hört man gar nicht. Aussteigen. Ja, da ist sie nochmal. Die Schapka-Fliegermütze. Quasi ein Uschanker-Ersatz. Der ist hier irgendwo der Commander. So, verschaffen uns erstmal einen schönen Überblick. Sensor-Granate. Plopp! Und das checkt keiner. Okay, der ist da drinnen. Eine feine Sache. Und wir hoffen, dass der nicht abhaut. Und wir müssen dementsprechend, müssen wir super vorsichtig sein. Und das wird wahrscheinlich noch mehr geben. Gibt es einen Funker hier? Ich sehe gerade keinen. Lasst uns loslegen. Wir arbeiten mit unserer geliebten TAC-50 und einem SC-20K-Sturmgewehr. Das kann ganz schön was. Auf dem Papier. Mal gucken, ob wir die Leistung auch in die Tat umsetzen können. So, geht ja schon mal gut los. Einen nach dem anderen. Wie gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Ich habe noch eine Simultanschuss-Drohne. Sollten wir weise einsetzen. Können wir hier von einem markieren. Das wäre ziemlich cool. Nein, können wir nicht. Schade. Alle bleiben entspannt. Oh, oh. So, den sehe ich nicht so richtig. Doch, so ein bisschen kann ich ihn erkennen. Wenn ich ganz genau hingucke. Aber nö. Hm. 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 Verfluchte Zweiertruppen. Die kann man nicht so leicht ausschalten. Der eine deckt den anderen. Aber ist ja auch so gedacht. Ist ja auch so gedacht. Verdammt nochmal. Und ich befürchte, wenn es hier richtig losgeht, dann versucht er, der Sentinel Commander, versucht abzuhauen. Oh. Nee. Nope. Hm-mm. Wenn nicht, gehen wir runter. Wir müssen runter. Wobei. Na, ist das ein Kopf da? Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Na gut, auf so einen halben Alarm würde ich es drauf ankommen lassen. Den kriegen wir noch weggeballert, wenn der hier wegläuft. Sind hier irgendwelche Fahrzeuge? Ja, eigentlich nur Fahrzeuge. Wir verfolgen den dann. Mit unserem physikalisch fragwürdigen Heli. Okay. Es ist zumindest gelb geworden hier. Und da ist er. Da ist er. Komm. Noch ein Stück. Freies Schussfeld. Bam. Kleiner Diktator. Sentinel Captain getötet. Und alles ist wieder ruhig. Echt jetzt? Das bezweifle ich. Jetzt geht die Party doch erst richtig los. Na, 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 na. Vorsichtig. Vorsichtig. Da geht noch was. Ja, zeig mir noch mal deinen Kopf. Zeig mir dein Gesicht. Und ich werde dich von all deinen Qualen erlösen. Sauber. Direkt durch die Stirnhüllen. Da kommt noch ein Stück. Noch ein Stück. Sauber. Ja, ganz komisch. Ich habe extra, extra seit der letzten Aufnahme mal mich ausgeloggt und wieder eingeloggt. Ist immer noch dieses Rucklige. Vorhanden, wenn ich einen direkten Kopftreffer lande. Aber naja. Ich will nicht rummeckern. Ich glaube, in der Aufnahme verschwimmt das sowieso. OBS glättet das so ein bisschen bei der Aufnahme. Betrifft jetzt nur mich. Oh, oh. Mist. Nicht aufgepasst. Richtig. Cool bleiben. Cool bleiben. Nicht runterfallen. Das wäre ziemlich ungünstig. Aber die wissen zumindest so halb, wo wir sind. Aber nur so halb. Mist. Ja, vielleicht fliegen wir sicher runter. Erledigen den Rest und dann können wir wenigstens mit unserem Heli wieder weg. Ich könnte sie auch aus der Luft mit dem Heli. Und das Feuer nehmen. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will den Heli lieber behalten. Sonst muss ich mich wieder zu einem, muss ich mich wieder zu einem Biwak teleportieren. Muss er jetzt nicht sein. Okay. Full Frontal Mode. SC20K. Jetzt kommt eine Feuertaufe. Mit dem Gewehr habe ich noch nie geschossen. Okay. Das war jetzt kein kontrollierter Schuss, aber er hat sein Ziel nicht verfehlt. Alle bleiben cool. Ich will nur die Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Scale Credits. Nice. Mehr wollen wir gar nicht. Einfach nur die Kisten. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein G28 Präzisionsgewehr. Bist du ein Soldat? Nee, du bist ein Zivilist. Ein Ingenieur. Wahrscheinlich. Tippe ich jetzt mal. Aber ist alles grün. Ich will keine grüne Ware. Ich will mindestens blau haben. Ja, ich mache sie nervös. Aber ich mache auch nur meinen Job hier. Deswegen bin ich hier auf Aurora. Naja, eigentlich wollen wir die Insel wieder befreien, aber da schien wir noch so ein bisschen vor uns her. Ja, das machen wir irgendwann. Irgendwann spielen wir die Hauptmission. Aber dann sind wir bestens vorbereitet. Und ich glaube, da machen wir auch wesentlich schneller Levels. Wenn wir mal zumindest einmal die Kampagne durchgespielt haben. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Erfahrungspunkt mehr. Ja, wobei, so viel brauchen wir ja gar nicht mehr ausbauen. Es wären halt jetzt nur noch die, ja, der Gearscore, den man so ein bisschen in die Höhe treiben kann. Aber naja. Wir kommen ja auch so ganz gut zurecht. Wenn es nicht gleich ein Behemoth ist. Wobei, na, als wir erstmal den Dreh raus hatten beim letzten, dann ging das noch gar nicht so in Ordnung. Also es war, es war schaffbar. Obwohl es ein massiv, massiv hochgelevelter Gegner war. High level at its best. Okay. Map. Sind wir fertig? Oh mein Gott, wir sind tatsächlich fertig. Wo ist denn, wo ist denn die nächste Aufgabe? Da drüben. Oh. Das ist ziemlich weit weg. Wir können ja ein bisschen... Ein Weg... Ne, warte mal, hier ist noch was. Ahaha. Ja. Die Quest ist wieder da, die ich beim letzten Mal, beim letzten Mal vergeigt habe. Natürlich. Die will ich machen. So. Rache ist Blutwurst. Ich möchte meinen zweiten Versuch haben. Die Revanche. Den medizinischen Truck stehlen. Und diesmal packen wir es wirklich. Wir müssen ja auch nur rein und wieder raus. Wir müssen uns noch so eine kleine Schneise nach außen bauen. Jetzt erstmal ratzfatz zu unserem Heli. Alles nachladen. Ach, das Tuck. Wie ich das Tuck einfach mal liebe. Macht mega viel Spaß damit zu kämpfen. Habe ich ja auch bei Division 2. Weil ich dort die Spezialisierung Präzisionsschütze gewählt habe. So, weiter, 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 weiter. In welche Richtung müssen wir? Wir müssen nach... Etwas nach links. Das ist der Marker etwas links. Ah, der da. Sehr schön. 1,9 Kilometer. Ein Katzensprung mit dem Heli. Mehr Schub, weniger Schub. Mit Shift. Also hoch und runter. Alles klar. Ach ja. Stimmt ja. So, diesmal können wir... ...unseren Heli parken, wo wir wollen. Wir brauchen ja eigentlich nur... ...da rein... ...und wieder raus. Weil wir unentdeckt bleiben. Könnten wir es... Könnten wir die Fahrt nach außen... ...könnten wir so ein bisschen actionreicher gestalten. Das wäre nicht so wild. In der Hoffnung, dass wir uns nicht sofort wegbomben. Mal gucken. Let's give it a try. Vielleicht trotzdem mal... ...ne Sensorgranate reinballern. Hier. Hier hin. Hm. Ja, der... ...der könnte ungemütlich werden. Wir versuchen reinzuschleichen. Wir machen einen auf Splinter Cell. Sam Fischer. Kommt ihr aus dem gleichen Hause? Och, Mensch. Würde ich mich über ein neues Splinter Cell freuen. Ich habe alle Teile durchgezogen. Aber sowas von. Vorsichtig. Da ist einer. Da ist einer. Ja, war schon nice. Selbst Blacklist. Wurde ja so gemischt von der Community aufgenommen. Aber ich fand ihn ganz nice. So, Fokus. Oh. Ist der da drin? Ne, ich glaube, der ist ein Gebäude weiter, ne? Ja, das ist der andere. Schön die Kanten im Auge behalten. Vielleicht hier noch eine Sensorgranate hinballern. Wegen dem Scharfschützer da oben. Flup. Oh oh. Da ist tatsächlich gerade ein Scharfschützer. Vorsichtig. Der kommt den Satz entgegen, ne? Hm. Hm, hm, hm. Wir müssen mal weg messern. Direkt wenn er hier an der Ecke steht. Ich hoffe, wir können ihn einfach so rumreißen. Ja, oder auch nicht, ne? Dann eben so. Oh Mist. Ne, hat keiner mitbekommen, ne? Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Alles cool. Kann ich hier rein? Bitte? Bitte? Nein? Warum nicht? Warum ist diese Tür nicht aufgegangen? Naja, weil es ein Rolltor ist. Ach so. Hat das Ding hier hinten überhaupt... Äh... Türen? Aber doch hoffentlich an der Seite. Oh oh. Oh oh. Wie komme ich da rein? Muss ich wieder hacken? Stopp. Warte mal. Muss ich hier vielleicht wieder hacken? Ich habe es nicht mitbekommen. Hacken, hacken, hacken. Hinstellen, hacken. Nein. Oh oh. Das wird gefährlich. Oh man, das hätte ich nachts machen sollen. Da steht er einfach. Ha. Super. Wir hauen ab. Wir machen es actionreich. Los. Gib Gummi. Ich bin getan. Ich bin im... Im Fahrzeug von euch. Oh mein Gott. Oh oh. Das sind medizinische Güter. Medizinische Güter. Denk doch mal an die Kinder, man. Die wir damit heilen können. Oh oh. So. Kurz die Lage checken. Wir müssen... Den dorthin bringen. Nach links. Da hin. Oh man. Kommt echt jetzt. Leute, was los mit euch? Das sind nur ein paar Paracetamol. Vielleicht noch ein paar Oxychodon und Tramadol. Was die Jungs und Mädels halt so brauchen, ne? So. Ich glaube, ich muss hier über die Brücke. Durch das Wasser wäre nicht so günstig. Wir sind so halbwegs richtig, ne? An der Station vorbei. Und dann links. Querfeld ein. Toi, toi, toi. Ich hoffe auf... Nicht zu viel Gegenwehr hier. Da hinten müssen wir hin. Wir haben es fast geschafft. Oh. Automatische Farmer-Drohnen. No, ist alles cool, ne? Wir müssen in Querfeld ein. Der Lkw scheint geländetauglich zu sein. Und jetzt ein bisschen mehr links halten, damit die Konsorten nach rechts zu sich sehen. Ja. Looks like we made it. Jetzt auch steigen, ne? Yay. Einsatz abgeschlossen. Hier. Für die Kinder, ne? Aber dafür nehme ich noch die Kiste mit. Mobile Erstversorgung. Einsatz abgeschlossen. Yay. Cool. Spritzenpillen. Ja, und weiter geht's. Oh, Granatapfel. Schon wieder. Oh. Und ein neues LMG. MG 121. Müssen wir mal gucken. Bei Zeiten. Ob das eventuell unsere Stoner mal zeitweise austauschen wird, das Teil. Oder vertreten wird. Der nächste Einsatz ist hier. Da müssen wir einen Ziellaster zerstören. Haben wir eventuell einen Biwak in der Nähe? Ja, so ungefähr. Das hier können wir nehmen. Los geht's. Ganz schnell. Und dann noch unseren Heli hinterher teleportiert. Ja. Reicht. Cool. Noch mehr Fertigkeitspunkte. So langsam haben wir alles. Alles, was Sinn machen würde hier. Bei unserem Spielstil freizuschalten. Gleich weiter. Ich will gleich weiter. Äh, ja. Alles cool. 15 Uhr. Ist eine schöne Zeit. Wobei, jetzt ist er noch 14 Uhr. In einer Stunde ist es erst 15 Uhr. Steht ja immer eine kleine, rote oder orangene Plus Eins da. Wo steht denn der Heli? Da unten. So weit weg. Na gut. Aha. Genau. Schön runterrutschen. Geht am schnellsten. Aha. Okay. Direkt weiter. Oh, hier ist ja richtig was los. Vorsichtig. Schnell weg. Weg, weg, weg. 2,8 Kilometer. Auch das ist mit dem Heli schnell gemacht. Aber guckt euch mal bitte diese Autobahn oder naja, diese Überführung an. Echt nice. Ein optisches Highlight, finde ich. Oh, wie die chinesische Mauer. Ich sag ja. Und dieses Spiel hat auch rein. Hat auch. Auch rein. Optisch. Echt einiges zu bieten. Das ist ein anderer Truck. Den ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Wir sollen hier einen zerstören. Die Frage ist nur, können wir das eventuell sogar hinbekommen hier aus dem Heli? Ist das ein Kampf-Heli? Ein taktisch-militärischer Kampf-Heli. Ich schalte mir hier noch schnell einen Biwak frei. Gilt das schon? War ich das jetzt? Falls wir nämlich uns nochmal hierher teleportieren müssen. Falls ich aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen diese Mission nochmal spielen muss. Will nur den Ziellaster zerstören. Wo steht dann ein Laster? Ach, der in da. Der in da. Äh, okay. Boom. Mensch, das ging ja schneller als gedacht. War das alles? Oh, Zivil ist getötet. Das ist nicht so cool. Kollateralschäden. Wir können gleich weiter. Nice. Wo wäre denn die nächste Mission? Wo könnte man denn noch was machen? Äh, ach, hier ist schon wieder so viel Neues aufgeploppt. Herrlich. Das mag ich ja. Ähm, ne. Ich würde schon gerne in einen Cluster gehen, wo wir ein bisschen mehr machen können. Wie hier? Oh ja, da können wir eine ganze Menge machen. Wir beamen uns mal rüber. Geht ja blitzschnell. Aber diesmal werde ich die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Denn wir werden länger unterwegs sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden auf jeden Fall länger unterwegs sein. Denn hier können wir in relativ naher Umgebung drei Aufgaben machen. Das werden wir auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Folge, meine werten Ödländer. Denn das war's für heute mit Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Mir hat's wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen militärischen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Leo. Tschüss.